Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1064, Egghead Laborphase. Ein absolut wildes Kapitel, das hätte ich so nicht erwartet, ich hab's natürlich gehofft, aber meistens wird uns das ja ein bisschen off-panel gezeigt, was dann am Ende rauskommt, denn es geht direkt weiter mit dem Kampf zwischen Marshall D. Teach und Trafalgar D. Waterloo, also absolut krass, aber wir beginnen erst einmal mit der Cover-Story und die ist ebenfalls krass, auch wenn es da eigentlich um die Germa Doppel 6 gehen sollte, immerhin heißt sie ja, ach was für eine emotionslose Reise, der Germa Doppel 6, aber diesmal haben die da überhaupt keinen Belang, eigentlich im Grunde schon in den letzten Ausgaben nicht, sondern wir erfahren jetzt, was tatsächlich auf Kakao Island im Chocolate Town passiert ist und natürlich, Pudding wurde entführt, wer waren die mysteriösen Gestalten? Auf jeden Fall schon mal Kusan und der andere war Van Ogre. Einige von euch hatten es ja schon geahnt, das war dann so ein bisschen unwahrscheinlicher, weil Van Ogre ja auch im aktuellen und im letzten Kapitel vorkam und deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass diese Cover-Story etwas in der Vergangenheit liegt. Ich rede nicht davon, dass das jetzt mehrere Tage her ist, aber vielleicht mehrere Stunden, denn Kusan haben wir ja bei den aktuellen Blackbeard-Piraten nicht gesehen. Aber sehr interessant ist, dass auch hier Kusan als jemand von den Blackbeard-Piraten vorgestellt wurde. Also haben wir vielleicht jetzt hier die Enthüllung, dass tatsächlich Kusan der 10. Titanic-Captain ist oder vielleicht ist er auch der 11. Titanic-Captain. Man weiß es immer noch nicht so ganz genau, aber wir kommen der Sache mittlerweile näher. Also, dass sie jetzt nur eine Allianz haben, ja, das klingt jetzt eher ein bisschen mehr danach, als wäre wirklich Blackbeards Piratenbande beigetreten. Und ja, sie haben Pudding entführt und das ist so der zweite Hinweis darauf, warum es nicht im aktuellen Kapitel zeitgleich abläuft. Denn Pudding ist im aktuellen Kapitel ebenfalls zwar dort auf dem Schiff, aber schon bereits in der Brick eingesperrt. Und dort sehen wir leider auch weder Kobe noch eventuell Gekko Moria. Also das Schicksal derer beiden, ja, das bleibt auch erst einmal offen. Aber es ist hier schon krass. Und dann gehen wir direkt in das Kapitel und wir sind fast am gleichen Ort. Zumindest denke ich, das gleiche Schiff wird dort sein. Ob Kusan noch dort ist oder mittlerweile einen anderen Auftrag verfolgt oder mittlerweile zurückgekehrt ist nach Fullerloat, das bleibt erstmal offen. Ben Ogre ist definitiv dabei, den haben wir im letzten Kapitel schon gesehen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Kampf Trafalgar Law gegen Blackbeard. Und das ist wirklich ein hammerharter Kampf und es sieht wirklich schlecht für Blackbeard aus. Denn der muss hier ganz schön einstecken und hat Trafalgar Law hier ein wenig unterschätzt. Bekommt das auch noch gesagt. Ja, wenn du den Gegner unterschätzt und ohne Plan einfach angreifst, dann geht das meistens nach hinten los. Und die Informationen von Blackbeard über die Kräfte von Law, die scheinen auch ein bisschen veraltet zu sein. Denn er sagt dir zwischendurch, dass du so etwas kannst, das wusste ich gar nicht. Ist das irgendeine erwachte Technik von dir? Das heißt, alles was so wirklich auf Wano Kuni passiert ist, wie die Kämpfe abgelaufen sind, das ist noch nicht nach außen gedrungen. Und das wird auch nochmal ein bisschen wichtig werden. Aber gehen wir doch mal den Kampf im Einzelnen durch. Als erstes versucht Blackbeard mit der Bebenfrucht, die er damals von Whitebeard erbeutet hat, auf Law loszugehen. Das geht aber so ein bisschen nach hinten los. So einen möglichen Treffer kann er hier nicht landen. Aber wir können mal kurz darüber reden, dass wir hier schwarze Blitze sehen. Wir haben sie ja auch schon im letzten Kapitel gesehen. Und auch bei dieser Aktion in Amazon Dilley gingen wir ja davon aus, dass Blackbeard Königshaki beherrscht. Weil wie könnten sie sonst durch den Calm Belt segeln? Oder geht das halt eben auch, dass man die Seekönige abhalten kann ohne Königshaki? Und ohne, dass eben der Schiffsbug ausgekleidet ist mit Seestein? Gut, das bleibt nochmal offen. Es gibt zumindest die Seeschlangen der Kuya-Piraten. Damit funktioniert das auch, weil die Seekönige Respekt vor diesen Giftschlangen haben. Aber ansonsten müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass Blackbeard Königshaki hat. Und hier haben wir halt mehrere schwarze Blitze. Ja, die hatten wir aber auch wahrscheinlich bei der Bebenfrucht. Und das hat jetzt hier nicht wirklich eine komplette Bestätigung, dass er Königshaki hat. Ich denke aber schon, dass er Königshaki beherrscht. Das wäre dann am Ende, wenn der große Kampf Ruffy gegen Blackbeard kommt, auch einfach zu langweilig, wenn er das eben nicht beherrschen würde. Ja, aber Law, der kann ganz schnell kontern, setzt den Re-Room ein und Amputate. Aber er greift hier nicht Blackbeard an, sondern er greift stronger an, auf dem Blackbeard hier immer noch sitzt. Und auch Doc Q, auf dem sitzt er ja auch irgendwie. Und der wird in zwei Teile geschnitten und fällt jetzt erstmal zu Boden, zusammen mit Doc Q, weil Blackbeard sich da so ein bisschen abstößt, um in der Luft zu bleiben. Und Doc Q hat hier eine sehr witzige Szene. Er nimmt nämlich Abschied von Stronger und sagt, hey Stronger, was ist mit dir los? Bist du tot? Du warst doch so ein guter Kerl. Also ich glaube, die denken, der wäre jetzt tot. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil dieses doch kränkliche Pferd zwar immer so aussah, als würde es den nächsten Tag nicht überleben, aber dem hat man jetzt extra eine mystische Sohren-Teufelsbrucht gegeben. Man kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach nur so getan haben, um die jetzt einfach mal vorzustellen. Dafür ist das vielleicht eine zu krasse Frucht. Also ich habe ja schon in der letzten Zeit gesagt, mir hätte auch eine einfache Vogelfrucht bei Stronger gereicht. Das hätte denselben Pegasus-Effekt gehabt. Doc Q kann sich aber auch noch mehr oder weniger in der Luft halten und versucht jetzt, mit seinen explosiven Äpfeln die Hartpiraten anzugreifen. Die sind aber vorbereitet, denn Law hat nämlich im Vorfeld Sachi und Pinguin befohlen, ins Meer zu springen, was sehr komisch ist, denn sie sind ja keine Fischmenschen. Aber sie sagen hier auch, man sollte sie nicht unterschätzen, denn sie haben quasi im Meer überlebt, im eisigen North Blue. Und die haben tatsächlich was drauf. Wir haben die Hartpiraten tatsächlich hier unterschätzt, genauso wie Blackbeard hier Law ganz schön unterschätzt hat, aber dazu komme ich gleich. Denn als allererstes sehen wir Sachi, der erstmal ganz schön viel Meerwasser in den Mund nimmt und dann so eine Art Blubstrahl-Attacke auf diese Äpfel abfeuert. Dadurch entsteht natürlich eine große Explosion, die ebenfalls auch Doc Q hier erwischt. Also das nenne ich schon mal ein bisschen krass, wenn wir von den Hartpiraten reden, von denen wir im Grunde gar nichts erwartet haben. Ja, und Blackbeard, der hat Law hier ein bisschen unterschätzt und sagt ja noch hier, Moment mal, hier diese Fähigkeit, die du gerade eingesetzt hast, dieses Amputate, das habe ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ist das vielleicht eine erwachte Technik? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Information, die wir hier bekommen. Heißt also, Sie wissen mehr oder weniger, was auf Wano Kuni abgegangen ist, aber sie wissen nicht, wie es abgelaufen ist. Das ist wichtig. Merkt euch das auf jeden Fall. Wir kommen nämlich noch zu Big Mom und da müssen wir auch noch mal kurz drüber diskutieren, was mit ihr ist. Aber auf jeden Fall hat Blackbeard jetzt erst mal das Nachsehen und es sieht auch so aus, als würde er hier erst mal noch ein paar Mal Schmerzen abbekommen, bevor er sich da wirklich wehren kann. In der Zwischenzeit haben natürlich auch die Hartpiraten sich so ein bisschen gesammelt, denn Van Oga möchte in den Kampf eintreten und schießt hier auf Trafalgar Law, aber Beppo hat es gesehen, gutes Observationshacki vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen und befehlt Jean Barth, sich schützend vor den Käpt'n zu stellen. Und er hat sich einfach dahingestellt, die Angriffe hier von Van Oga brallen an ihm ab, er kriegt sogar ein Lob von Van Oga und vielleicht können wir hier davon ausgehen, dass Jean Barth vielleicht ein gutes Rüstungshacki hat. Also wie gesagt, diese Hartpiraten haben doch mehr drauf, als wir alle erwartet haben. Tja, und damit kommen wir eigentlich auch schon wieder zurück zu Blackbeard gegen Law, denn der serviert ihm jetzt nämlich dasselbe, was Big Mom widerfahren ist, und zwar den Groom und den Schockwille, den hier Blackbeard einstecken muss. Aber ich muss an der Stelle sagen, irgendwie steckt er den ein bisschen besser weg als Big Mom. Also nicht viel besser, aber doch ein wenig besser, weil er nämlich jetzt auch hier sagt, jetzt ist es Blackbeard. Ja, es ist Blackbeard-Zeit. Eigentlich fehlt hier ein Time in der offiziellen Übersetzung und sagt jetzt, jetzt mache ich wirklich ernst. Bisher habe ich dich unterschätzt, habe einfach nur angegriffen, ohne nachzudenken, und er wurde auch hier kurz gerettet. Er wäre nämlich auch ins Meer gefallen, aber durch die Warp-Teufelsfrucht oder Teleport-Teufelsfrucht von Van Oga wurde er auf die Insel gebracht. Und wir erfahren auch, wie diese Insel heißt. Es ist nämlich Winner Island. Warum sie genau so heißt, wissen wir natürlich nicht, aber es passt natürlich irgendwie ins Konzept von One Piece. Diese Inseln hatten ja teilweise immer irgendwie komische Namen, die dann eigentlich auch mit der Insel nicht wirklich irgendetwas zu tun hatten. Und ich muss mal ganz ehrlich eine Sache hier loswerden. Ihr erinnert euch mit Sicherheit daran, dass Blackbeard auch damals gegen Ace gekämpft hat. Also so kurz bevor dieser ganze große Marine-Fort-Saga begonnen hat. Und das war ja auch dann der Auslöser, warum Ace überhaupt nach Impel Down gebracht wurde, weil Blackbeard quasi ein Pfand brauchte, um selbst zum Samurai der Meere ernannt werden musste. Und dieser Kampf, der lief damals, ja, in gewisser Weise ähnlich ab. Auch Ace sah sehr gut aus gegen Blackbeard. Blackbeard hat richtig eingesteckt, was natürlich auch so ein bisschen an der Finsternisfrucht liegt, weil er zieht halt alles an. Er ist buchstäblich die Finsternis und ja, die verschlingt halt alles. Eben halt auch alles, was ihm dann halt schmerzt. Deswegen kann er sich da nicht so gut verteidigen und da sah er auch erst mal schlecht aus und auch dort wollte sich Van Ogre in den Kampf immer einmischen gegen Ace. Ja, und am Ende sah das so aus, als wäre das so ein Kampf auf Augenhöhe und wie es ausgegangen ist, das wissen wir alle. Ace hat am Ende verloren und ja, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt genau dieselbe Situation hier haben. Wir bekommen auch noch mal hier an der Stelle, ich würde es mal sagen, einen Königshaki-Clash auf Wish bestellt, weil wir weder sehen, ob das jetzt hier Blackbeard wirklich mit Königshaki diese Attacke gedrängt hat oder das einfach die Bebenfrucht ist. Auf der anderen Seite haben wir die Attacke von Trafalgar Law. Der hat vielleicht Königshaki, aber das ist ja nicht bestätigt. Der hat es ja noch nie gezeigt. Ob er es je haben wird, ist natürlich auch noch eine große Frage, aber es wirkt halt so, als sollte das ein Königshaki-Clash sein zwischen zwei angehenden Kaisern und eventuell halt natürlich ein Kaiser in Falle von Blackbeard. Er ist ja einer, so wie wir das halt schon immer bekommen haben, mit Shanks gegen Whitebeard oder zuletzt mit Ruffy gegen Kaido und hier wirkt das halt alles, als wäre das hier die Low-Budget-Version davon. Keine Ahnung. Also hätte man ein bisschen epischer darstellen können und mir hätte das auch sehr gut gefallen, wenn wir in dieser Szene quasi die Bestätigung bekommen hätten, Blackbeard hat tatsächlich Königshaki und Law hat es halt eben auch, weil ich meine, er sollte es irgendwie haben, wenn wir davon ausgehen, dass er noch einer der stärkeren Widersacher von Ruffy werden könnte, weil es ist natürlich nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass Law diesen Kampf verliert, sogar die Möglichkeit, diesen Kampf zu gewinnen, am Ende entscheidet das Oder, aber ich denke, die Blood-Armor ist hier definitiv auf der Seite von Blackbeard und wir werden es vielleicht dann in den nächsten Kapiteln, ja, irgendwann halt, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, in der Zeitung erfahren, dass Blackbeard diesen Kampf gewonnen hat und Law halt eben verloren hat, denn die Marine hat das mitbekommen. Die haben irgendeinen Spion in der Nähe, vielleicht ist er auch Winner Island, vielleicht ist er sogar ein Marine-Hauptquartier, wir wissen es nicht, wäre natürlich krass, wenn da dort eins wäre und die sich da nochmal einmischen könnten, aber scheinbar sieht es so nicht aus, denn Akaino bekommt den Bericht, dass die beiden hier aufeinander clashen und dass er ja doch vielleicht was unternehmen wollen würde, aber er kann es halt nicht, gell, denn die Tatsache, ein Flottenadmiral, der Großadmiral der Marine zu sein, ist halt ziemlich frustrierend für ihn, weil er halt nicht selber einsteigen kann in den Kampf und das könnte vielleicht auch so mal ein bisschen beantworten, dass wir ihn halt kaum noch kämpfen gesehen haben in den letzten zwei Jahren, ich meine selbst in den Filmen hält er sich da immer irgendwie zurück und das ist halt eben nicht sein Stil. Das hätte jetzt zum Beispiel zu Zengok gepasst, das hätte zu Kong gepasst, der ja auch sehr passiv im Grunde gewesen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Akaino nicht mehr lange wartet und selbst wieder in den Kampf zieht, also zumindestens habe ich hier ein paar Vibes gespürt. Zwischendurch bekommen wir im Kampf Blackbeard und Law auch nochmal erklärt, was eigentlich Teufelsfrüchte sind, denn Law weist darauf hin, dass jetzt Blackbeard alle seine Offiziere, also seine Kaiserkommandanten, mit Teufelsfrüchte ausgestattet hat und die ja jetzt alle eine gemeinsame Schwäche haben, nämlich das Meer. Und Blackbeard sagt halt im gleichen Zug, ja, aber das ist halt eine Schwäche, die man in Kauf nimmt, weil die Vorteile halt die Nachteile überwiegen. Ja gut, das wussten wir alle schon, ich weiß nicht, was dieses Gespräch sollte, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, wie Teufelsfrüchte funktionieren und dass Teufelsfrüchte gar nicht so schlecht sind, denn nach den Aussagen von Kaido, dass er gesagt hat, nur Haki entscheidet am Ende, wer der große Sieger ist, ja, das schließt ja die Blackbeard-Piratenbande nicht aus, die dürfen ja auch alle Haki benutzen, das ist ja nicht verboten. Ich meine, Ruffy ist halt auch ein Haki-Spezialist in gewisser Weise, er nutzt auch alle drei Haki-Arten und hat die auf einem sehr hohen Niveau, trotz, dass er halt eine richtig krasse Teufelsfrucht hat und bei Kaido war es halt genauso und höchstwahrscheinlich auch bei Big Mom, also das eine schließt das andere nicht aus, die können trotzdem immer noch mit Haki krass sein und Kaido hat im Grunde recht gehabt, Haki ist vielleicht dann das, was entscheidet, wer der Stärkere ist, aber eine Teufelsfrut ist halt ein netter Gimmick, den man dann halt so mitnimmt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, und dann bekommen wir noch eine Szene mit Pudding, da sehen wir erstmal so zwei No-Name-Piraten, der Blackbeard-Piraten, die werden uns hoffentlich bald in der SBS vorgestellt, ja, und die quatschen so ein bisschen mit Pudding und Pudding sagt, ja, wenn meine Mutter noch am Leben ist, ja, Big Mom, ja, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen und die sagen, ja, macht ihr da mal keine Sorgen, die ist tot, denn der Typ, gegen den Blackbeard gerade kämpft, der hat deine Mutter umgebracht und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, die wissen nicht, was auf Wano Kuni gelaufen ist und wir wissen es im Grunde ja auch nicht, denn wir haben hier quasi wirklich Schrödingers Kaiser. Es hat keiner in dieser Höhle, in dieser Untergrund-Vulkan-Höhle, in diesem Lavasee nachgesehen, was mit denen ist. Das ist eins zu eins das Konzept von Schrödingers Katze, denn solange man nicht in dem Karton nachschaut, ob die Katze lebt oder tot ist, ist sie halt beides. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, auch Blackbeard weiß nicht, dass Law erweckte Teufelskräfte hat und diese Techniken jetzt drauf hat, woher soll er dann wissen, dass Big Mom dort unten gestorben ist oder nicht? Big Mom war halt buchstäblich vom Erdbuben verschwunden. Also keiner hat nachgeguckt und deswegen weiß Pudding nicht, dass Big Mom tot ist oder noch am Leben ist und dieser Pirat kann es halt eben auch nicht wissen. Also wir sind auch nicht schlauer als vor diesem Kapitel, was nun mit Big Mom ist, aber nach diesem Kapitel habe ich so ein gutes Gefühl, dass sie noch zumindest am Leben sein könnte. Vielleicht ist Kaido tot, aber Big Mom, ich weiß nicht. Ich traue ihr zu, dass sie noch lebt und erinnert euch an den Podcast mit Craig Werner. Er hat ganz schön dick gegrinst und hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass Big Mom noch am Leben ist und ich bin gespannt, was da rauskommt. Vielleicht sollen wir jetzt an dieser Stelle denken, dass Big Mom tot ist und gerade deswegen glaube ich jetzt mehr denn je daran, dass Big Mom noch am Leben ist. Ja, was will er mit Pudding? Es sollte eigentlich klar sein, da wir es jetzt auch hier offensichtlich sehen. Sie ist natürlich vom Dreiaugenstamm und ich denke, Blackbeard weiß, was der Dreiaugenstamm drauf hat, deswegen hat man sie entführt. Hier natürlich jetzt die große Frage, die ich mir stelle, hat Van Ogre und natürlich auch Kusan gleich eine Kopie von dem Raw-Pornoclyph von Big Mom gemacht oder rechnet man damit, dass Raphael Galore ebenfalls eine Kopie hat. Erinnert euch daran zurück, Lore war nicht mit auf Hawkeye Island. Er war auf Zoo und hat die Kopie davon, was für mich sowieso das vielleicht Zündlein an der Waage Pornoclyph sein könnte, weil kaum jemand weiß, dass es halt da ist, also wirklich wenige Leute, während das Pornoclyph von Big Mom halt im Grunde fast jeder weiß. Das ist so ein Public-Ding, ja, das ist kein großes Geheimnis, dass sie da eins hatten. Man kann also theoretisch nochmal zurückgehen und sich es dann notfalls dort holen, aber ich glaube, es läuft jetzt eher mehr darauf hinaus, dass wenn Blackbeard diesen Kampf gewonnen hat, er alle Zutaten quasi hat, um nach Love Tale zu segeln. Mal gucken, ob er sich diesen Eintopf auch kochen kann. Wow, Leute, was für ein Kapitel. Warte mal, Moment. Das ist ja noch gar nicht vorbei. Das war ja erst die Hälfte von diesem Kapitel. Was für ein armer Kapitel und wir sind erst bei der Hälfte, denn ihr habt es ja schon am Titel erkannt, es geht ja um irgendwas auf Hackhead, irgendeine Laborphase. Darum geht es nämlich jetzt. Wir gehen wieder zurück nach Egghead Island und dort sehen wir erst mal, dass Ruffy gealtert ist. Er ist mittlerweile 70 Jahre alt. Ja, das ist ein hammerharter Timeskip, den wir bekommen haben, aber ihr habt mit Sicherheit schon nachgedacht. Natürlich sind dann hier die Fähigkeiten von Jolie Bonny ein Thema gewesen, denn Ruffy wurde alt gemacht. Auch Chopper wurde alt gemacht. Der sieht da wirklich aus wie so ein Rentier, das den nächsten Tag nicht überleben könnte. Jinbei wurde zu einem jungen Fischmensch gemacht und Jolie Bonny hat sich selbst auch in ein junges Mädchen verwandelt. Das hatte natürlich zwei Effekte, nämlich der Kuma-Cop, der sie im letzten Kapitel verfolgt hat, hat die Verfolgung jetzt aufgegeben, weil er wahrscheinlich die Ziele nicht mehr erkannt hat. Und sie sind jetzt entkommen und sind jetzt auf so einer Art Müllhalde, wo ziemlich viele alte Erfindungen von Vegapunk liegen. Deswegen sehen wir beispielsweise, dass Bonny so eine Art Laserschwert in der Hand hat und danach auch nach Ruffy schlägt. Denn jetzt wird hier so ein bisschen darüber diskutiert, was eigentlich hier mit Jolie Bonny Sache ist. Denn Ruffy sagt, hey Bonny, ich habe alles Verständnis für dich. Ja, ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst mit Kuma, aber der ist halt nicht Kuma. Und du musst mir erlauben, gegen die zu kämpfen, weil sonst sind wir noch größerer Gefahr, als wir sowieso schon sind. Und Bonny sagt, ja, ich weiß das ja auch, aber was soll ich halt machen? Er ist halt meine Familie, wie wir es halt im letzten Kapitel erfahren haben. Und Jinbei, der bringt jetzt mal Aufklärung. Erstmal wieder Jinbei Ehrenmann, er kennt alle. Ja, er ist auf Facebook mit allen befreundet. One Piece Facebook, er kennt sie irgendwie alle. Der kennt auch alle Fähigkeiten. Es wundert mich immer wieder, die größte Stärke von Jinbei ist wirklich sein immenses Wissen. Und er tut jetzt auch noch so als seltener, er weiß es nur so kurz und knapp, aber nee, er erzählt hier die ganze Geschichte von Kuma. Das meiste wussten wir natürlich schon, aber was sehr interessant ist, er war tatsächlich der König vom Sorbet-Königreich. Und das war kein netter König. Also irgendwie war er verrückt, er war ein bisschen böse. Deswegen haben die Leute irgendwann gesagt, Kuma, das war es jetzt. Das funktioniert hier mit uns nicht. Du kannst nicht mehr der König sein. Mach dich mal vom Acker. Dann ist er Pirat geworden und hatte natürlich sich auch so ein bisschen mit der Revolutionsarmee verbündet. Ja, und irgendwann hat ihn natürlich die Marine geschnappt und hat ihn verurteilt zu lebenslanger Strafhaft im Impel Down. Aber dann hat er einen Deal gemacht, denn Vegapunk ist ihm irgendwie begegnet und der hat sich direkt in die Fähigkeiten von Kuma verliebt und an seinen robusten Körper und hat dann im Ausgleich daran, dass er da ein paar Experimente an ihm durchführen müssen, seine Freiheit erkauft quasi und halt natürlich auch, dass Kuma zum Samurai der Ermeerer ernannt wurde. Wird wahrscheinlich auch Teil des Deals gewesen sein, dass er halt quasi für die Weltregierung und mit der Marine zusammenarbeitet. Und da hat Jolie Bonny auch gesagt, soweit ist das ja auch noch alles okay. Ja, dass das passt auch. Das ist alles in Ordnung. Zum Shichibukai ernannt werden und halt auch diese Teile ersetzen von seinem Körper. Was aber nicht okay ist, ihn zum kompletten Cyborg umzuwandeln und ihm quasi eigentlich damit ein Todesurteil zu geben. Weil sie glaubt, dass Kuma einfach tot ist, dadurch, dass er umgebaut wurde. Und so ganz falsch liegt sie da nicht. Und das, das kann sie der Weltregierung, das kann sie Vegapunk einfach nicht verzeihen. Und deswegen möchte sie hier gegen ihn vorgehen. Und sie glaubt auch, dass Kuma das nicht freiwillig getan hat, sondern dass man ihn dazu gezwungen hat. Wir bekommen von Jolie Bonny aber noch eine weitere sehr interessante Aussage. Nämlich, dass Kuma immer gesagt hat, dass er von einem speziellen Volk ist, von speziellen Leuten herkommt. Und das lässt natürlich großen Spekulationsspielraum. Vor allem, weil es sehr wichtig ist. Es wurde auch in der offiziellen Übersetzung hier dick hervorgehoben. Und das Erste, an was man denkt, ist natürlich eine spezielle Rasse. Aber was soll das für eine Rasse sein? Kommt er vielleicht von den Himmelsbewohnern und hat sich irgendwann mal die Flügel abgestutzt? Das passt nicht so wirklich zu den Kindheitsbildern, die wir von Kuma gesehen haben, zusammen. Und da sieht er eigentlich auch aus wie ein ganz normaler Mensch. Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um eine spezielle Rasse handelt, sondern dass er schon ein Mensch ist. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, sollte Jolie Bonny seine leibliche Tochter sein, ist sie ja dann zumindest die Hälfte von dieser Rasse. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Kuma hier vom Dreiaugenstamm ist. Sonst wären wir hier bei Jolie Bonny ebenfalls bei einem Mitglied des Dreiaugenstamms. Denn wir haben im gleichen Kapitel Pudding. Sie ist zur Hälfte nur vom Dreiaugenstamm und zur Hälfte eigentlich ein Mensch. Obwohl man halt bei Big Mom auch dran zweifeln könnte, ob sie wirklich ein normaler Mensch ist. Aber ihr versteht, was ich meine. Und bei Bonny haben wir eben nicht das dritte Auge. Und das würde uns auch nicht weiterbringen, wenn die vom Dreiaugenstamm wären. Soweit müsste man das natürlich auch zugeben. Mein Gedankengang ist aber eher, er kommt von einem speziellen Volk, das wir alle eigentlich im Grunde schon kennen. Und zwar vom Clan der D. Und das D wurde einfach verheimlicht. So wie es damals bei Trafalgar Law der Fall gewesen ist. Und das bedeutet natürlich wieder im Umkehrschluss, auch Jolie Bonny könnte vom Clan der D sein. Es ist ja immer noch so ein bisschen problematisch, warum Jolie Bonny eben Jolie Bonny heißt und nicht Bartholomew Bonny. Wobei auch sie könnte einfach ihren Namen geändert haben, um das Verwandtschaftsverhältnis zu verheimlichen. Also diese ganze Sache ist super interessant aktuell. Und durch dieses spezielle Volk, diese speziellen Leute, wird es halt einfach nochmal interessanter. Weil das natürlich dann auch, sofern Jolie Bonny die leibnische Tochter von Kuma ist, auch zur Hälfte zumindest auf sie zutreffen sollte. Ja, und dann wechseln wir mal zu einem anderen Team. Das war Ruffy's Team. Jetzt kommen wir zum Sunny Team. Die sind ja so ein bisschen zurückgeblieben bei diesem riesen Roboter. Und der steigt jetzt einfach in die Lüfte. Der kann nämlich fliegen. Ja, der ist nicht noch viel größer als der Frankie Shogun. Der hat auch noch ein paar Sachen, das der Frankie Shogun nicht kann. Aber wir bekommen es hier direkt mal von Lilith Punk02 erklärt. Das geht nur in der Nähe dieser Insel, weil die Luftvoraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Aber der große Traum ist es natürlich, dass das irgendwann überall auf der Welt funktionieren kann. Und sie fliegen jetzt erstmal nach Egghead und werden dort hingebracht. Und dann bekommen wir auch so ein bisschen erklärt, wie Egghead funktioniert. Das ist nämlich in zwei Phasen unterteilt. Einmal die Laborphase, der Titel dieses Kapitels, die ist ganz oben. Und die Fabrikphase, das ist dort, wo sich Ruffy und so aufgehalten haben, wo halt die Fabrikarbeiter sind und die ganzen anderen Forscher, die wir ja schon im letzten Kapitel gesehen haben. Aber es gibt noch ein paar mehr Überraschungen dort. Nämlich, als sie dort landen, bemerken sie, dass der Boden ihnen ziemlich vertraut vorkommt. Zumindest einigen aus der Strohhutbande. Nämlich, das ist derselbe Boden, den wir in Skypiea hatten. Dieser wurde, ja, produziert und reproduziert. Das heißt, das ist nicht original Skypiea Boden, wie wir es eben in Skypiea hatten, sondern der wurde künstlich hergestellt von Vegapunk. Der kann halt irgendwie so ziemlich alles und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der mal auf einer Sky Island war, um dann halt sich so ein Bröbchen zu holen von so einem Wolkenboden oder so etwas. Also, es funktioniert eben auch dort. Finde ich richtig, richtig cool. Was halt ein bisschen blöd ist an der Stelle. Die Sunny wird irgendwo abgestellt und Zorro und Broke bleiben zurück. Ja, das bedeutet irgendwie, wir werden hier nicht so einen krassen Kampf-Arc bekommen. Es scheint jetzt doch so langsam auf das Ende des Arcs hinaus zu laufen und danach bekommen wir einen größeren Arc wieder. Also, es ist wirklich so ein Zwischen-Arc. Für Broke tut es mir aber noch mehr leid, denn jetzt bekommen die anderen Strohhüte neue Outfits. Genauso wie Ruffy die im Kapitel zuvor bekommen hat und wenn ihr Jolie Bonny schon super fandet in dem Outfit, dann werden euch die Augen herausfallen bei Nico Robin und Nami. Die sehen nämlich einfach fantastisch aus und wenn man jetzt bedenkt, dass Broke ja immer fragt, ob er das Höschen sehen kann, ja, es sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus, als hätten Nami und Nico Robin untenrum nur ihr Höschen an und halt auch so spezielle Stiefel, die so ein bisschen an Zurück in die Zukunft erinnern. Die passen sich nämlich den Füßen an, genauso wie sich die Kleidung halt direkt an die Körpergröße anpasst. Es sieht bei allen ziemlich cool aus. Sandy hat ein Hawaii-Hemd bekommen, das findet er nicht so cool, aber was er cool findet ist, dass eben Nami und Nico Robin so super aussehen und Frankie will auch für sein Outfit gelobt werden und Sandy sagt einfach nur, ist egal was du trägst, du siehst immer aus wie ein Perverser, aber das nimmt ihm Frankie nicht krumm, weil er findet das nämlich cool, so genannt zu werden und Usopp bekommt auch so ein Standard-Outfit, aber das finde ich ist jetzt nicht unbedingt etwas Besonderes. Ich bin aber schon mal gespannt, wie diese Outfits dann koloriert aussehen. Im Anime ist auf jeden Fall eine Szene, auf die ich mich freuen werde und dann bekommen wir auch noch erklärt, dass hier teilweise auf dieser Insel wahrscheinlich auch künstliche Inseln hergestellt werden und das erinnert mich so ein bisschen an den Roman Per Anhalter durch die Galaxis, denn da gibt es nämlich auch Leute, die künstlich Planeten herstellen und im Panel davor sehen wir sogar noch einen fliegenden Wal, der ebenfalls ein Hinweis auf Per Anhalter durch die Galaxis sein könnte. Ja, bin mal gespannt, ob sich Oda da hat inspirieren lassen, jedenfalls sollen sie jetzt in die Laborphase nach oben gehen und den letzten Auftritt, den hat Vegapunk höchstpersönlich, denn ich bin mittlerweile felsenfest überzeugt, dass Punk01, Chaka, der Gute, tatsächlich der Stella ist, also der Urkörper von Vegapunk und Lilith war quasi halt dann das erste Stück, das er erschaffen hat als zweiten Vegapunk, würde auch Sinn machen, denn Lilith war tatsächlich in der Bibel die erste Frau, also noch bevor es Eva gab. Eva wurde dann aus der Rippe von Adam erst gemacht und Lilith wurde quasi als erste so ein bisschen weggeschickt aus dem Paradies, die hat sich nämlich Adam nicht untergeworfen, ist eine ganz komische Story in der Bibel, stimmt aber tatsächlich, könnt ihr gerne mal nachgoogeln nach Lilith und da könnte natürlich dann auch der Name darauf basieren, ja, und sie war dann quasi der erste weibliche Vegapunk, von daher passt das, denn dieser Vegapunk, Chaka, hat ja nicht nur im letzten Kapitel Lilith so ein bisschen, ja, zurechtgewiesen, dass sie sich nicht mit der Strohhutbande anlegen sollte, weil die halt viel zu krass ist für sie, aber er macht jetzt auch was ganz anderes, er unterhält sich nämlich über Teleschnecke mit Dragon, mit Monkey D. Dragon und damit haben wir endlich die Bestätigung, Vegapunk steckt in gewisser Weise mit der Revolutionsarmee unter einer Decke, sie scheinen sich auch schon länger zu kennen und ja, Vegapunk sagt es hier auch schon, er hat so ein bisschen das Gefühl, dass er bald sterben wird und Dragon sagt, hier, mach mal keine Scherze, alter Mann, ja, die sind nie witzig, aber er hat da schon so einen ernsten Gesichtsausdruck, der macht hier keinen Spaß, das könnte sich also wirklich sehr interessant entwickeln, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Chaka, wenn er der Stella ist, vielleicht auch der Vegapunk ist, der vernichtet wird und vielleicht der ein oder andere von diesen Satelliten dann überleben könnte, ja, vielleicht Lilith, die ist ja auch schon so ein kleiner Fanliebling geworden, insgesamt, super interessantes Kapitel, wir bekommen so viel Input und da möchten wir natürlich auch Oda die Pause gönnen, denn nächste Woche Sonntag erscheint kein Kapitel, nämlich erst in zwei Wochen und dann auch wieder eine Stunde früher wegen der Zeitumstellung, aber wir lassen uns natürlich die Laune nicht verderben, ich bringe euch natürlich jede Menge weitere One Piece Videos, um die Zeit zu überbrücken, daher würde ich mich freuen, wenn euch diese Review gefallen hat, wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen und gerne dürft ihr mir natürlich eure Fragen und Meinungen zu dem aktuellen Kapitel unten in die Kommentare schreiben, morgen gibt es wieder einen Nachbesprechungs-Q&A zum aktuellen Kapitel und aktuellem Geschehen von One Piece 17 Uhr hier auf YouTube, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen, bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen, Ade!